Aber bitte noch eine Nächste. Warum? Also, wieso? Was ist los? Ich hab keine Gefühle heute. Es tut mir leid, sie ist einfach nur so gut zu erfahren. Was habe ich falsch gemacht? Nichts, gar nichts, das ist ja das Problem. Für dich geht's immer nur um dich und deinen Scheiß-Film und für mich interessierst du dich null Kommandil. Und auch überall ist jetzt der Scheiß-Nacken-Weiber. Das ist die Hauptdarstellerin. So ein kleines Ängelchen da, ja. Betrachter ist so schön. Scheiße auf deine Kunst. Nimm mir nichts, das ist ja geschehen. Ist schon so, was ist weg? Schmeiß einfach weg. Ich muss, was ist das? Ich muss, was ist das? Ich muss, was ist das? du machst Schluss über eine Valentinstankarte? Du machst Schluss über eine Valentinstankarte. Vielen Dank.